Musik Du hast einen Kami schon zu Hause, kriegst heute den zweiten. Sag uns, wo steht der eine Bambi bei dir zu Hause? Der steht bei mir zu Hause im Office. Dürfen die Kinder damit spielen? Also die haben genug Spielzeug, aber die finden den von meinen ganzen Awards eigentlich am schönsten. Weil so ein schönes Reh, das sieht schöner aus, als wie jetzt eine Emmy oder andere Sachen, die ich bekommen habe. Also das gefällt denen sehr gut. Aber das Kleid ist der absolute Wahnsinn. Sag uns von wem? Ist von Zack Pozen. Das ist Wahnsinn, aber man kommt nicht so ganz ran an die Heidi. Das ist auch so natürliche Abbie. Das war perfekt, das war perfekt. Das kann man sehr praktisch sein. Der Bambi 2015 in der Kategorie Fashion geht an Heidi Klum. Ich liebe dich und ich vermisse dich dieses Jahr mit dem nächsten Next Topmodel. Du weißt das. Das ist ja so, we're the next time. Ich danke dir. Bitteschön. Herzlichen Glückwunsch. Ich wusste, du bist im Saal. Also ich freue mich riesig auf diesen Bambi. Ich bekomme ihn deswegen, weil ich seit über 20 Jahren die Mode liebe. Das tue ich wirklich. Ich habe super viel Glück gehabt in meinem Leben. Aber ich muss auch sagen, ich habe immer super viel Spaß mit allem, was ich mache. Ich bin immer mit meinem Herzen, mit meiner Seele, mit allem dabei. Und ich bedanke mich ganz herzlich. Und ich möchte auch nochmal Danke zu meinem Papa sagen, dass er heute mich begleitet hat. Papa, du bist das beste Date überhaupt. Wo bist du? Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.